Okay, okay, 3, 2, 1! Hallo, wie ist der Plan für heute? Wir gehen jetzt frühstücken, wir haben nix gefrühstückt, extra verkottet. Dann laufen wir vielleicht noch ein bisschen rum und dann müssen wir schon zum Flughafen fahren. Denn wichtiger kommt um 16 Uhr. Du hast den Flug gelegt. Ja und? Da holen wir Wichtige ab und dann fahren wir vom Flughafen zu irgendeinem Supermarkt und kaufen dann einen, weil jetzt können wir nicht einkaufen, weil das wird ja schlecht an alles. Und dann direkt nach dem Einkauf gehen wir zu Villa und dann seht ihr zum ersten Mal die Villa und Wichtiger. Jeder Tisch ist besetzt, ich hab's durchgeschaut. Ja, was hast du gefragt? Nein, aber Bruder, das ist ja alles besetzt. Das ist scheiße, wenn wir hier nicht essen können. Wir sind Streamer, sag denen das. Wir zahlen mit Instastory. Wir sind Streamer, ich will pay with the story of the Instagram. Und dann sagen die, oh yeah, oh you're the best man. Haben Sie jemals was anderes getragen als das Shirt? Ich bin heute mit dem Papa Flattenmatch rumgelaufen. Skoros? Ja, hinter dir. Hä? Was war bei dir? Nein, hinter dir sitzt er. Der sitzt halt hinter dir, boah. Was ist da? Random. Was macht der hier? Random Spawn. Random Spawn Point. Bist du wirklich der? Ja. Random. Random Encounter. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wir act normal. Wie steht's mit den Finanzen? Finanzen? Ja, so. Null. Null. Ich meine, wir können uns einfach dazu setzen. Ist ja viel Platz. Wir blockieren ja ganz alles. Ist mir egal. Nee, das war gar nicht der Moment dafür. Zahlen die Frauen auch immer. Was? Ja, wie soll ich sagen, ich hab noch nie eine Frau geküsst. Hm? Noch nie? Hast du nie eine Frau geküsst? Vielleicht einmal. Wen? Deine Mutter. Was? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ganz kurz kommt hier noch einer und fragt was wir essen wollen oder eher nicht so? Ich hab denen gesagt, lass uns einfach hier spielen. Nur wir haben im Retour nicht so viel Zeit eigentlich. Ich hab die ... Ich hab die ... ... ... ... ... ... ... Man, ist das Opferschit, Alter. Auch nicht. Hier ... 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 Schau dir das an! Oder was ich hier hab! Das ist crazy. 9 Euro. Das hat keiner gesehen. Wichtiger Ghost for the Landing. Stell dir vor, stell dir nur vor jetzt, okay? Stell dir vor, ein paar Kattenflug, alles aktiviert. Alles aufschöne. Warum sagst du das? Ich glaube, das wäre die letzte Frage, die ich mir stellen würde. Wichtiger Landing, etwa der Air Force. Du hast einfach irgendeinen Twitter-Account gepostet. Was? Wenn es wichtiger auf Madeira ankommt. Ähm, ja, dann. Ich will jetzt das Wichtiger abholen. Dann sind wir voll zettig. Ich krieg den Druck auf die Ohren, weil wir die ganze Zeit Höhen wechseln. Ich hab nen Tipp für dich. Sei keine Pussy. Wollen wir einfach mal Wichtiger rufen? Wichtiger! Er hat eine Story gemacht. Was? Er hat eine Story gemacht. Sie sehen mich nicht. Wo ist das? Da, der Wichser. Die kleine Ruhe. Du Wichser. Also, was geht's? Jungen, ihr seid so hart an mir vorbeigelaufen. Habt ihr gesehen, was die gedreht haben? Fucking Madeira dox mich. Das ist auch krass. Auch noch nicht erlebt. Kannst du das Draw-Landing nochmal machen? Kannst du mir ein Tutorial geben? Ach so, ja. Kann ich machen. Musst du so machen? Guck mal zur Seite. Ich hab das Beste. Weil ich hab's ja bezahlt. Über alle. Das ist so sehr... Wo hättest du schon gehen? Findest du? Ja. Das ist mir scheißegal eigentlich. Und unsere Zimmer sind verbunden über den Balkon. Echt? Ja. Ihr könnt euch gegenseitig pranken. Pardo, können wir jetzt kurz sagen? Sag jetzt. Wir machen... Die ganze Woche lang sind Pranks erlaubt. Egal was. Wir machen Pranks auf a load. A load. Mal hör mal auf jetzt. Du musst desinfiziert bleiben. Bruder, was wird desinfiziert? Ja, das muss... Das darf ich dich nicht erzählen. Der... Der Schnitt ist tief. What? What the hell? Pfff! Meint, hast du Druck auf den Ohren? Ich nicht auf den Ohren. Geh dran. Kann ich nach Hause? Nein! Ich hab absolut kein Problem damit. Wait, man kann's spielen? Oh mein Gott, das ist crazy! Digga, das ist... Filch! 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 Ich hab gemeckert bekommen, dass ich da drauf war. Ja, warum? Ja, weil das für Kinder ist. Digga, wollen wir anders denken mal und Avocado in unseren Döner reinmachen? Ja. Ich schwöre, Avocado krass. Das sind Gurken, oder? Ja. Aber warum haben die diese Picklinge? Ja, wir sehen ein bisschen anders aus. Aber das sind die Gurken. Kleiner als deine? Nee, gleich. Was braucht man für eine Dönersauce? Joghurt und dann daraus Soße machen. W. Weil wegen Joghurtsauce. Krass! Digga, ich hab grad einen Deutschen getroffen. Er meinte... Also ich hab nachgefragt, ne? Er meinte, nein, 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 das ist alles was wir haben. Und dann kam so ein Deutscher, der hat so gesagt, du sprichst du Deutsch? Weil ich hab so scheiß Englisch gesprochen, Digga. Ich hab so gesagt, hey, do you got... do you got this? Und dann hat er gesagt, yo, yo, du bist Deutsch, ne? Ich weiß. Und dann hat er mir gesagt, ja Bruder, ich empfehle dir das hier. Das ist stark. Digga, das sind Raps für Schwanz. Ich weiß, aber die haben nichts besseres. Wir können doch einfach auch Raps machen. Ja, das können wir auch machen. Wir haben doch auch gute Sachen dafür. Wir haben einfach die Sachen, die wir in den Döner machen, den Rap machen. Bitte! Sind die gut? Sind die gut? Ey, was passiert, wenn ich jetzt so mache? Ey, ich schwör doch ja krass. Lass mal so. Ja, ja. Nein. Und wie war's da drin? Wie war's? Ist es kalt? Es war echt kalt. Ist euch kalt geworden? Also mir ist es kalt geworden. Mir ist es kalt? Mir ist es kalt. Sorry Jungs. Tut mir leid. Nicht doch mal. Hallo Moido. Guck mal, das kommt so nach, wenn man es rausnimmt. Komm, warte. Was ist das denn Lütz? Wir brauchen jetzt noch Zucker. Zucker und Nutella brauchen wir. I guess das ist Zucker, oder? Haben wir abgesalzt? Das ist in Sticks. Das ist ja total dämlich zu kaufen. Wenn wir doch hier den einzeln machen. Das sind so mehrere auf einmal. Das machst du auf. Ich kann das. Ich hab erzüllten Daumen. Warte, ich hab ein Messer. Wie? Was? Du lädst doch auch bald auf der Insel. Bruder, er hat ein Messer in seinem Baustachschule. Was? Oh, vielleicht. Dann haben wir alles, glaube ich. Ja, wir haben alles. Wir können gehen. Digga, nein, nein. Ich sag doch, Bro. Ich sag doch, komm wie lange die geht, Digga. Oh, Maga! Siehst du das? Mal gucken, ob wir einen Selfcheckout machen können. Also wenn es geht, warum macht das keiner? Ja, die checken es bestimmt nicht. Machen Sie doch. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ich glaub, du bist das. Ja, ja. Was ist das? Ja, ja. Was ist das? Okay, wenn der Zehnertzappbaum reinkommt, werfe ich das Huge in den Kopf. Aber wir müssen schnell machen. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Oh, ich krank den Zapps rein? Ja. Echt jetzt? Ja. Muss man ein Wort halten, ne? Hugo. Oh. Oh. Für die Zehens hast du mich das Wagen. Nein. Was? Nein. Digga, versuch nochmal. Okay. Ich muss das Game wieder rein so kurz. Ich glaub schon. Oh. Hier, Feister. Oh. Das auch. Das auch. Das auch. Gibt, gibt, gibt. Ich renne. Hier, Bro. Du musst das bisschen scannen hier. Ich sag, du kochst. Du schaffst das schon, Bro. Du schaffst das. Er hat keinen Plan, wie das geht. Digga, Feister bekommen gerade Hilfe von irgendjemanden? Ja. Oh, hell nah. In der Real Talk, ich geh bankrott. Bankrott? Ich hab jetzt 100 Euro für die Scheiße ausgegeben. Digga, du bezahlst 3% Steuern. Was für die gibst bankrott? Keine 3%. Sondern? 48. Was machst du da? Du musst schon die Plastiktüte wegmachen, sonst bezahlst du für die Plastiktüte. Du Vollidiot. Ich glaub, das ist... Manakarone. Nein, 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 nein. Das muss er bezahlen. Digga, 25 Euro. Was ist das? Gold, Alter. Im Po? Das ist im Po, Feister. Ich hab das Gefühl, dass der Taxifahrer sehr teuer wird. Nein, Bro. Bruder, der wartet hier die ganze Zeit. Das passt schon. Ja, das passt wohl. Ja, wir fahren jetzt zur Villa, Jungs. Und dann seht ihr das erste Mal die Villa. Digga, mein rechtes Ohr tut richtig weh. Hey, was ist das? Ja, Mike sitzt da. Nein, Retrug ist nicht so. Wenn ich drauf drücke, dann tut das richtig weh. Soll ich mal gucken? Du bist die ganze Zeit so... Prost mal, Prost mal. Prost mal, Prost. Boah, jetzt der Ausblick. Komm, mach den Ausblick. Soll ich gucken? Guck den Ausblick an. Boah! Boah! Digga, Mann! Okay, ich zeig dir jetzt. Room Tour. Rooster Direction. Das ist der Pool. Infinity Pool. Oder was auch immer das ist. Das ist der Pool. Mit der Ausdichter. Das ist crazy. Digga, aber in der Nacht. In der Nacht müsst ihr auch noch sehen, Jungs. Das sieht auch krass aus in der Nacht. Da seht ihr alle Lichter da. Und wenn gutes Wetter ist. Es ist halt gerade Arschwetter. Boah, Shisha-Bar. Hier können wir Shisha rauchen. Oh mein Gott, nein. Oh! Feuer! 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 Guck mal, dann können wir hier so chillen nachts. Kommen wir mit, mich hier. Da haben wir hier nämlich die Chiller-Ecke. Nochmal mit Cardio-Fitness-Stamm. Hier ist ne Sauna. Die ist richtig fett, die Sauna. Da könnt ihr den Saunastschuh machen. Okay, wir gehen jetzt lang. Ich muss jetzt seine Reaktion filmen. Soll ich gucken? Guck. Schmeckt das so geil. What the fuck? Die Küche ist ja mal krass, oder? Das ist aber echt schön. Ich dachte, ich mich wäre mehr da. Das sind aber nur drei Zimmer. Wollen wir direkt mit deinem Zimmer einfach anfangen? Ne, das ist erst feister. Ne, weil ich hab Bock, ich hab Bock, dass du dein Zimmer zuerst liest. Und dann unsere. Also du gehst zuerst zu dein Zimmer hier. Shut the fuck up, Alter. Ja, das ist doch voll in Ordnung, Mann. Ja, das stimmt. Aha, oder? Also, kann ich mich nicht beschweren. Ja, hä? Rito ist krass. Digga, warte, ich mach feister, ich mach feister nach. Oh, Digga, die Dusche ist gleich mit dem Boden. Feisterzimmer. Die Aufsicht auch crazy, Macy. Kann von Mike, von meinem Zimmer in Mikes Zimmer schauen. Ich werde dich so ruhig franken. Du musst dir mal die Tür auf dem Wasser machen. Ey, bitte nicht franken, Mann. Wolltest du das Wasser haben? Ja, hab ich auch schon aufgemacht. Kannst du das aufmachen? Wer kommt beim Wasser raus? Ja, guck. Was? Ihr könnt so eine Barriere aus Wasser haben. Nein. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab selten sowas Summes gesehen. So, jetzt kommt der Palast aller Paläste. So, ist ein bisschen oberfreund hier, aber das ist mein Palast. So, Bett. Okay. Denkt man sich erstmal so. Ja, ist ja wie bei Feister. Aber das war doch nicht alles. Kompliz. Hier. Wie heißt das? BG-Barackleider. Aber das war auch noch nicht alles denn. Aber ich kann hier reingehen, ne? Badezimmer. Okay. Mit Badewanne, die Düsen hat. Guckt euch die Scheiße hier an. Digga. Traum. Ritter Traum. Und man kann hier durchschauen. Guck mal da. Das ist doch ein Doppelbett, oder? Du spürst den nicht. Was ist dein eigenes Zimmer? Achso, der Preis. Der Preis ist... Also, uns wurde gesagt, dass die Villa, wo wir gerade sind, im Sommer 1000 pro Tag kostet. 600 bis 1000 pro Tag. Ich habe Schnapper gemacht. Bei mir sind es, glaube ich, insgesamt 7 für 7 Tage. Ich glaube 2500 bis 3000. Was? Also, für eine Woche. Ich habe Schnapper gemacht mit der Villa hier. Darf ich mit dir pissen gehen? Nein. Das ist doch zu. Oh. Das ist mir gerade auf die Arsche geklaut. Ja? Okay, ich mache jetzt mein Ding, ne? Döner, oder? Ja. Döner, oder? Döner, right? Nee, wir machen Raps. Ach doch, genau. Raps. Wir machen Raps. Nee, nicht Raps. Wir machen... Dödem. 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 Machen wir. Dödem. Okay, nee. Was machen wir als erstes bei Ihnen, Döner? Wir sollten das Fleisch erst einmal anborden. Okay, wir machen jetzt Aufteilung. Wer will Fleisch? Ich mache Fleisch. Haben wir ein Brett? Wie geht das hier an? Ich habe das immer noch nicht gecheckt. Wenn ich jetzt meine Hand drauf... Hä? Das ist krass. Holy Shit, das ist krass. Wenn ich die Pfanne nicht drauflege, dann geht das direkt wieder aus. Okay, das ist crazy. Du nimmst das Fleisch, du lässt es hier tröpfeln. Tröpfeln, tröpfeln. Dann schneidest du so in Würfel. Aber davor salzt du das noch. Wie Döner. Dreimal, oder? Dreimal Salz, dreimal Pfeffer. Okay. Oh, hihihi, Digger. Das ist so eklig. Und jetzt? Manuel, jetzt legst du das da hin. Aber war gar nicht genug, glaube ich. Und jetzt wirst du... Hör auf! Jetzt legst du... Hör doch auf, Digger! Ich will auch fallen. Ich glaube, es reicht. Ich glaube, es reicht, oder? Bevor ich jetzt genug würde. Das ist gut, oder? Ih, das ist ja voll klumpig. Digger, ich hasse euch. Du bist gut, eigentlich gerade. Gerade? Bin ich sonst nicht genug? Du passt da. Oh, Digger, die rutscht zufrieden. Nein, nein, nein. Es rutscht dir, es rutscht dir. Okay, wer ist der geilere? Wer ist der geilere? Oh nein! Vertraust du mir, vertraust du mir? Ich vertraue dir, ja. Vertraue mir jetzt. Mach so, ich halte da hinten und du lässt... Und du lässt dich... Und du lässt dich nach hinten fallen. Knickst du? Nein. Vertraue mir. Das ist Vertrauens-Test jetzt. Vertraue mir. Ich halte dich. Mach jetzt! Ja, du hast mich so lieb. Ah, ja. Geh treten. Digger, du sagst, vertraue mir. Und im selben Satz trittst du mir die Anja. Er weint! Er weint! Ich will mal hoch, bitte. Er weint! Er weint! Der weint! Er weint! Er weint! Kannst du mir helfen? Er weint! Jetzt, wie das geht. Bist du ganz reinsteigen? Ups. Okay, und jetzt stellst du es so. Rita, ich check mal, warum Leute denken, dass Streamer kein Beruf ist. So, ich mach rechts, du machst links oder guck mir, wo es am geilsten aussieht. Okay, 100% bei mir. Und was sind wir? 100 Euro. Machen wir. Nö, ich hab kein Geld mehr. Digga, endlich spielen wir Döner-Simulator, Bro. Das ist krass, ne? Okay, mach du beide jetzt. Ich überlasse dir das. Du kannst dann eben in den Hör machen. Mach beide. Ich mach Soße. Easy, easy, easy. Ich mach Soße. Ein bisschen Pfeffi-Maffi. Bist du das top? Nein, passt doch nicht. Ja, geil. Gut so. Aber jetzt? Die auch. Oh, jetzt mach, 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 mach. Ist das traditionell Lufsendorische? Ne, ich mach einfach irgendwas rein und hoffe, es schmeckt. Okay. Was würdet ihr denn jetzt noch reinmachen? Ich werd wieder was rausnehmen. Aber jetzt verrührt man das so ein bisschen? Warum machst du Tomatenwein? Was ist das? Bruder, pass weg. Wiii, Digga. Irita, das sieht gar nicht so schlimm aus. Shitwein. Okay. Der schmeckt nur den Joghurt. Ja? Ja. Ich muss euch kurz nur mitteilen, das was wir hier gemacht haben. Wir haben nicht gekocht. Okay? Wir haben nicht gekocht. Wer hat uns kochen gelassen? Wir haben nicht gekocht? Warte, die Fresh müssen noch in die Mikrowelle, oder? Pfanne. Mikrowelle? Was laberst du? Wir machen das Zeug rein, falten und machen das in die Pfanne. Und fahr das mit den beiden Seiten an. Damit ich nicht so schlimm sind. Digga. Das doch du? Was ist Bita, oder wie das heißt? Wir machen, wir machen Dunum, oder nicht? Dunum. Nein. Ich sag dir ganz ehrlich, wir haben auch eine Aufgabe, Dunum zu machen, als man die in Zwiebeln geschnitten hat. Das heißt. Darf du wünschen auch. Oh, Scheiße. Hä? Nein. Das ist ja... Digga, das ist doch der... Das würde ich lieber machen als... Mikrowelle. Gern, bitte. Mann. Also Mikrowelle ist krummisch rot. Ja, der ist warm. Perfekte Temperatur. Hier Soße drauf. Bumm. So Fleisch in so einer Linealform. Hier so, Tomaten viel zu groß, egal. Bumm. 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 Und zack. Fertig ist mein Dunum. Guck mal. Ich mach den so nämlich jetzt immer. So, zack. Zack und zack. Sei ehrlich, ist krass, oder? Ist krass, oder? Guck. Ja, Paul sieht super. Wenn ich hier sehe, dass in der Kämlich Paul schaut, wird angewidert. Nein, Rüttor schmeckt okay. War lecker, aber. Rüttor geil. Ja, Rüttor blöd. Okay. Wir machen jetzt singen Song. Ich weiß nicht singen Song. Wie heißt das? Sing or swim. Sing or swim machen wir jetzt. Du musst jetzt richtig festhalten. Nimm das am besten so doppelt. So. Ich kann das nicht. Mach jetzt. Ich kann das wirklich nicht. Du machst das jetzt. Du fällst ja vielleicht gar nicht rein. Okay. HALT! 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 Ich dachte, all of the lights will the curtain say's. Digga, er sagt, all of the lights. Ahhhhhhh Warte Kann man annehmen Das kenn ich aus Oh da brennt Da brennt? Was da hin? Ach der grillt doch noch Der grillt halt für viele Ja, woher soll ich das jetzt wissen? Bei mir ist auch immer so viel, wenn ich grille für ganz guten Schallen, Digga. Er hatte keinen Grund dazu. Du hattest keinen Grund, Bro. Warte, ich mach hard to pick von dir, warte. Boah! Holy shit, Digga. Okay, Jungs. Der Trend ist, das Handy zu passen mit streamen, wenn das Handy im Wasser fällt tot. Ich zu dir und dann du zu Feister und Feister wieder zu und am Kameramann. Bereit? Okay. Drei. Zwei. Okay, okay. Drei. Zwei. Okay, drei. Zwei. Drei. Zwei. Ich hab die Fortnite-Challenge aufgegeben. Ich schaff's nicht mehr. Ich hab komplette Horrornacht gehabt. Kanjuji hat mir ein Video geschickt. Oh Gott, das ist der Clip. Drei, zwei, eins. Ey, Jungs, mein Handy ist heile. Ich hab's direkt unter neutralem Wasser gehalten. Dann hatte ich kurz Angst. Da waren so Fingerabdrücke, die nicht weggingen. Aber ich glaub, ich hab's gefickt. Okay, Jungs, ähm, wir haben kein Problem. Da ist normalerweise was drin. Mein Stift fällt. Mein Stift fällt. Ich glaub, ich hab ne Taucherbrille dabei. Oh mein Gott, da ist er! Warte, ich hol ihn. Ich geh ganz langsam rein. Da ist er. Digga, ich geb euch morgen ein Update, ob mein Handy noch geht. Wenn das noch geht, crazy. Oh, der Sound ist ass. Ist das Mikro kaputt? Oh nein. Wir hören uns gerade an. Hallo, hört ihr uns? Komm Jungs, wir zeigen euch nochmal die Aussicht, bevor wir uns verpissen. Wichser. Digga, schau dich das an. Das ist crazy. Ich war, du Wichser. Schau dich das an. Okay, jetzt wird hier gesüppelt. Das erste Mal, dass du so was benutzt, what the fuck? Ich dachte es nicht schlecht. So, wer will die Süppel, Jungs? Hoppala, hier bitteschön. Wer ist Süppel, ich fähre. Ja gut, jetzt haben wir Wein aufgemacht und keiner sieht weit voraus. W. Wir haben nur eine Woche und die Woche will ich schön nutzen mit dir, bevor wir weg sind. Ja und ich möchte hier auch eine Woche auch schön benutzen, um ein Konto zu machen, damit ich nicht mehr im Minus hier bin. Das ist für mich kein Freundschaftsurlaub, das ist für mich ein Rennen gegen die Zeit. Wir sind noch live. Achso.